Hallöchen, lieben Leute, herzlich willkommen zurück zu Artwell Zodsturm. Wir machen weiter in der Brauerei. Wir scannen da. Ich lasse mal ganz kurz den Einzellballern da. So, den platzen lassen. Da oben sehe ich schon das Brutal. Das nehmen wir mit natürlich. Lass mal ganz kurz hier noch das Zeug einsammeln. Recycling. Hier. Das nehmen wir mit. Können das auch. So, die Freunde. Hello? Follow me on Twitch and YouTube. Ja, mal. Ist noch hier. Alles an Zubhör, weil weiß, was wir alles noch hier für Gegner und so finden. Durch mit euch. So, wie war man da jetzt gerettet eigentlich für ein Prozent? Vielleicht mal gucken. 960, 11 Prozent fehlen noch. Sehr gut. Gab's eigentlich irgendwas Verstecktes hier? Ich muss mal kurz gucken. Nein. Okay. Und dann geht's weiter. Es sind noch 24 Angestellte unterwegs. Ein Verlust bis jetzt. Ja, das ist der kleine Rote. 56 geflüchtet. Darauf geht's zum nächsten hier. Rennen wir mal rüber hier. Und rein in die nächste Abteilung, ja. Okay. Waren wir da nicht schon mal? Hier waren wir doch schon mal, oder? Wieso ist denn hier eigentlich noch nicht offen? Ich hätte gedacht, hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Aber warum? Muss ich zweimal rüber, oder was? Natürlich jetzt ein Ding. Hab ich vergessen, Schalter umzulegen, oder was? Mal kurz gucken, ob ich hier wieder rauskomme. Oh, das ist nochmal so ein Ding. Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Okay, ich fahr nochmal rüber da. Kann doch nicht sein, dass das nochmal eine Fall ist. Oder sieht jetzt anders aus, oder? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Kann sein, dass der Spiegel verkehrt ist. Ah ja, stimmt. Die andere Seite war rechts die Falle und dieses Mal ist links die Falle. Am nächsten Jahr, oder was? Okay. Gibt's keine mehr. Okay, so. Oh, jetzt müssen wir... Oh nein. Brennen die? Brennen die? Ich brenne, oder? Boah, das ist fies. Okay, da muss ich wahrscheinlich zuerst Feuer legen. Ach, der kann nicht? Ach, das ist selber ein Feuertyp. Der kann ich aber übernehmen. Ja. Der kann ich übernehmen, ja. Seh ich grad. Dann machen wir das mal. Jawoll. Oh, die fressen einen, okay. Genau. Das passt, so. Okay, den kann man nicht. Oh, weiter, weiter. Nein, 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 nein. Schlecht. Was ist das für eine beschissene Falle hier? Okay, dann müssen wir weitermachen, Freunde. Müssen wir weitermachen. Feuer wieder. Und den kurz fesseln. Okay. Der brennt, das ist gut. Gleich noch mal. Lass mal die Haut gleich wieder brennen hier oben. Ja, Freundchen. Sehr gut, so muss ich die in Tappenweise alle erledigen. Jetzt fehlt der da oben wieder. So, den zerstören wir da mit. Ist auch tot. Da oben kommen aber noch mehr raus. Da oben kann ich mich keiner erledigen. So, einer kommt noch und habe ich es geschafft, Freunde. Sehr gut. Den einen warte ich noch da oben. Ist nicht einfach hier. Ist echt nicht einfach. Warum soll es alles leicht machen hier zum Spielende? Das ist das vorletzte Level übrigens. Erst mal platzen. So, jetzt haben wir... Können wir da freischalten. So. Drehen. Da wieder runter. Sehr gut. Es geht zurück. Und es geht nach rechts weiter. Weiter hinten sehe ich nichts mehr. Das müsste ja fast der Schluss sein hier, oder? So, wie ich das sehe. Ich kauf schnell noch mal was. Ah, geht weiter. Das war die Weiche umstellen. Und eine Runde weiter. So. Mal gucken, wo ich jetzt rauskomme, ja. Da ist nichts mehr. Wahrscheinlich nochmal so eine Stelle, oder? Nein. Ist er dunkler? Glaube ich eigentlich die ganze Zeit immer weiter runter, glaube ich, oder? Ich glaube zumindest. Okay. Nächste Falle. So. Kann ich irgendwas bauen hier? Flumi Bums. Das habe ich alles. Fesseln ist Flumi Nummer 1. Und ich glaube sogar, dass ich ihn eventuell fesseln könnte mit dem Ding, ja. Ja. Hehe. Das macht Spaß. Das macht Spaß. So, safen. Und gucken, was uns jetzt hier erwartet. Wir das gleiche Spiel, bloß eben, dass ich diesmal wahrscheinlich nicht... Oh, ich habe auch noch Flummies. Okay. Ich tue ganz kurz mal hier alles zerstören. Mal sehen, was ich hier noch Schönes finde. So, Flummies haben wir hier. Und die natürlich auch. Die sind das Wichtigste überhaupt. Nein, dann können wir noch Feuer herstellen. Zweimal Feuer. So. Ich muss ganz kurz mal beobachten. Jetzt kommt da einer. Die werde ich mit dem Flumi auf jeden Fall erwischen. Gehen wir uns weiter. Nee, ist kein Svener da links. Stehlen. Sehr gut. Da unten sehe ich schon wieder eine neue Maschinerie. Das heißt, da müssten gleich wieder drei von meinen Freunden wieder da in diesem Hörndings drin sitzen. Ich bin nicht da rein. Danke. Danke, Spiel. So, das machen wir noch. Das ist noch. Und wir fahren runter. Ich fahre runter. Ich rede mal von wir, weil ich meine, er ist ja da dabei. Okay, hier sind wir wieder. Hier sehen wir wieder, dass da einer rauskommt. Und Hunde. Hunde. Das heißt, ich müsste sie alle sichern. Und alle schnell da hoch. Die müssen jetzt auch schnell noch mit. Die müssen schnell noch mit hoch. Dann muss ich oben übernehmen. Kommt mit hoch. Das geht nicht, was? Okay. Kein Problem. Bis. Die werden wir gleich braten. Erstmal möchte ich den einfach da fesseln. Komm schon zu mir, Mann. Die schlafen? Oder okay, da können wir die erwischen, sogar während sie schlafen. Das ist gut. Müssen wir warten, bis der eine zurückkommt. Okay. Das war nichts jetzt. Alle drin? Tschüss. Wunderbar. Noch mehr Hunde? Hohoho. Alles klar. Bäm. Kann ich da nicht mal abfackeln, oder? Komm, ich hab so Lust drauf. Wollen sie mich jetzt alle? Nicht komplett? Aber sicher, sicher. Ja. Ich bin hier, um dich zu retten. Let's go. Ich bin hier, ich bin hier dr Gallifch. Ich bin hier drudem. Ich bin hier drunter. Okay. Hast du den? Sehr gut. Gut, den haben wir. Mal schnell alle hoch hier. Die safen wir ganz kurz. Okay, jetzt haben wir es natürlich ein bisschen beschissen. Obwohl, warte mal, ich habe ja diesen Poppy da. Ich mache es einfach anders. Es geht nicht anders. Trenn sich um. Er ist weg. Aber nicht ganz weg. Kann ich sie jetzt fesseln, oder? Brenn sie weg einfach. Sicher, sicher. Sicher, sicher. Nicht, dass meine Freunde drauf gehen, ja? Ich bin hier, um dich aufzuhören. All right, let's go! Let's go! Schnabbing wir uns den hier noch? Jetzt warten, bis das Feuerchen da aus ist. Sehr gut, nicht, dass die anderen noch brennen, dann. So. Mal genug. Gehen wir auch noch mit. So, ich muss da jetzt irgendwie aufkriegen, da unten. Ihr bleibt mal kurz da. Oh, scheiße. Alles klar. Gut, Freunde, wir machen es nächstes Mal weiter hier. Ich bin leider schlecht gestorben. Wir sehen uns wieder. Da will ich den Katastrophen anschauen. Ich bin leider schlecht gestorben. Ich bin leider schlecht gestorben. Ich bin leider nicht gestorben. Untertitelung des ZDF, 2020